Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben keinen Grund, uns zu beklagen. Wir sind alle als Politiker angefangen und in die Politik gegangen, um zu gestalten. Wir haben das erste Mal seit 50 Jahren wieder die Spielräume zu gestalten. Darüber können wir uns freuen, das können wir nutzen. Damit können wir die Probleme beseitigen, die wir sicherlich haben, aber nicht verzagt, sondern aus einer Position der Stärke hinaus. Wir können vor allen Dingen eins machen. Wir können mit Freude an die nächsten dreieinhalb Jahre rangehen und wir können Lust auf Zukunft machen. Das ist das Wichtige, wenn ich mir die Debatten angucke, die doch sehr verzagt sind, die wir hier führen. Wir können Lust auf Zukunft machen. Das kann man selbst in Finanz- und Haushaltspolitik. Lust auf Zukunft machen, und das möchte ich ausführen. Fangen wir mit der Haushaltspolitik an. Wir haben uns viel vorgenommen. Man kann das unter folgende Überschriften fassen. Wir wollen den Weg der letzten Legislaturperiode weitergehen. Wir wollen investieren, nicht nur in Infrastruktur, sondern insbesondere auch in Bildung. Wir wollen die Mitte der Gesellschaft stärken, denn das hält die Gesellschaft zusammen. Deswegen gibt es ein Baukindergeld. Deswegen sorgen wir für bessere Betreuungsmöglichkeiten. Wir wollen, dass die Menschen in diesem Land sicher leben können. Deswegen stärken wir die Polizei, aber auch die Bundeswehr. Und, meine Damen und Herren, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Auch das können wir mit dem Solidaritätszuschlag, aber auch mit der Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen. Meine Damen und Herren, wir haben uns da viel vorgenommen. Und wir werden das schaffen mit dem Geld, was wir haben. Wir stehen als diese Koalition zu der schwarzen Null. Und wir werden die schwarze Null halten, weil wir sie auch in der letzten Legislaturperiode gehalten haben. Und wir haben das geschafft, Herr Schneider, indem wir trotzdem weiter investiert haben, indem wir die Menschen entlastet haben, indem wir was für die Kommunen getan haben, indem wir was für die Länder getan haben. Wir haben das geschafft, obwohl wir viel für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft ausgegeben haben. Und das können wir auch weiter schaffen, meine Damen und Herren. Und wir werden das hinkriegen, indem wir sehr, sehr diszipliniert auf der Ausgabenseite sein werden. Wir haben im Koalitionsvertrag sehr genau beschrieben, was wir uns leisten können. Und wir haben aber auch gesagt, und das ist neu, wir werden uns weitere Spielräume erarbeiten, um die Dinge auch zu finanzieren, die wir uns vorgenommen haben. Und in diesem Koalitionsvertrag steht ein Satz drin, dass wir Aufgabenkritik machen werden, dass wir alle Maßnahmen auf den Prüfstand stellen werden und gucken, ob sie effizient oder effektiv sind. Das kennt man normalerweise nur aus der Krise. Wir machen das jetzt im Boom. Und wir werden das zusammen mit dem Bundesfinanzministerium machen. Da ist das Parlament gefordert. Und das ist eine ausdrückliche Einladung, auch an die Opposition dort mitzumachen. Nicht mit Schaufensteranträgen, sondern mit harter, detaillierter Sacharbeit, meine Damen und Herren. Wir wissen aber auch, dass wir die Einnahmenseite stabilisieren müssen. Und unsere Einnahmen, die werden immer noch von den Menschen erwirtschaftet, von der Wirtschaft erwirtschaftet. Und da ist es nämlich so, dass das gar nicht garantiert ist, dass diese Konjunktur immer so bleibt, wie sie jetzt ist. Und deswegen ist eine gute Haushaltspolitik nicht, dass wir Steuern erhöhen, sondern eine gute Haushaltspolitik ist immer eine gute Wirtschaftspolitik. Und eine gute Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren, das bedeutet, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir in unserem Haushalt die Schwerpunkte setzen, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Wirtschaft florieren kann im Bereich Bildung, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Infrastruktur. Aber zu einer guten Wirtschaftspolitik gehört auch, dass wir als Staat ganz demütig sagen, wir schaffen nachhaltig keinen einzigen Arbeitsplatz. Dieser Arbeitsplatz wird in den Unternehmen geschaffen. Und wenn das so ist, dann bedeutet auch das, dass wir die Unternehmen auch machen lassen müssen. Wir dürfen denen nicht alles vorschreiben. Und so notwendig ist auch wahr, dass wir Dinge wie befristete Arbeitsverträge geregelt haben. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir weniger bürokratische Lasten auf die Unternehmen abwälzen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und auch da steht einiges im Koalitionsvertrag zu drin. Und lassen Sie uns vom Haushalt zu dem Bereich Steuern kommen. Auch Steuern ist ein spannendes Thema. Und zwar nicht, indem wir höhere Steuern machen oder neue Steuern erfinden. Wobei man fairerweise sagen muss, gefällt mir auch nicht so gut, aber das gehört zur Wahrheit dazu. Wir werden ein bisschen was im Bereich Abgeltungssteuer und Finanztransaktionssteuer machen. Aber das ist nicht die Lösung. Unser steuerlicher Gestaltungsanspruch, der besteht darin, dass wir zum Beispiel das Unternehmenssteuerrecht wettbewerbsgerecht machen, international wettbewerbsgerecht machen. Wir stehen unter großem Druck aus den Vereinigten Staaten, aber auch aus anderen europäischen Staaten, aus China und aus anderen Ländern. Da müssen wir was tun. Und da sind wir uns einig auch mit der SPD. Wir werden das nicht machen, indem wir Steuerdumping machen. Nein, wir werden ein handhabbares Steuerrecht machen. Wir werden ein faires und ein verlässliches Steuerrecht machen. Und wenn wir über ein faires Steuerrecht sprechen, und da gucke ich auch insbesondere zum Finanzminister und zur SPD an, dann bedeutet das natürlich, dass wir gegen diejenigen vorgehen, die sich der Steuerpflicht entziehen. Das ist doch selbstverständlich, dass wir das machen. Aber wir werden das nicht so machen, indem wir diejenigen, die ehrlich sind, bestrafen, indem wir sie mit Bürokratie und Vorschriften überziehen. Und das ist der Unterschied. Und wenn wir vom Steuerrecht reden, dann müssen wir uns auch klarmachen, wir müssen dieses Steuerrecht ins 21. Jahrhundert überführen. Die digitale Welt wird nicht mehr durch das Steuerrecht abgebildet. Das passt noch für den Maschinenbauer aus Ostwestfalen. Aber das passt nicht mehr für digitale Internetkonzerne. Und das ist doch der Grund, warum Unternehmen wie Amazon zu wenig Ertragssteuern zahlen. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, dass wir daran gehen, dass das ist Mittelstandsförderung, wenn wir dort faire Wettbewerbsgleichheit schaffen. Und wir werden dieses Steuerrecht auch bürgerfreundlicher machen. Und jetzt können Sie sagen Bierdeckel. Bierdeckel war gut, aber Bierdeckel war 90er. Der heutige Bierdeckel, das ist die digitale Verknöpfung von Daten. Und damit haben wir auch angefangen in der letzten Legislaturperiode. Wir werden den Bürgerinnen und Bürgern vorausgefüllte Steuererklärungen geben. Wir sind da schon auf einem guten Weg. Wir haben viel gemacht und wir werden das auch entsprechend fortsetzen. Wir haben uns dazu die digitale Kompetenz von den Ländern geholt. Und das werden wir als Bund nutzen, um an der Stelle auch zusammen mit Projekten wie dem Bürgerportal viel auf den Weg zu bringen. Meine Damen und Herren, und natürlich werden wir im Steuerrecht auch entlasten. Und deswegen ist es für uns selbstverständlich, dass wir an den Solidaritätszuschlag rangehen. Aber vernünftig und so, wie es finanzierbar ist, und wir werden da keine Wolkenkuckucksheime aufbauen wie diejenigen Parteien, die sagen, das muss sofort vollkommen weg, ohne es refinanziert zu haben. Und auch die Finanzmärkte sind ein ganz spannendes Gestaltungsthema. Wir haben unglaublich viel reguliert in den letzten acht Jahren. Jetzt ist es mal an der Zeit, innezuhalten und gucken, was bedeutet diese Regulierung überhaupt? Welche Effekte hat das? Welche Effekte hat das insbesondere auf unsere Sparkassen, Volksbanken, kleine Privatbanken und kleine Versicherungsgesellschaften? Und deswegen werden wir die Finanzmarktregulierung evaluieren. Wir werden aber auch nicht nur die Finanzmarktregulierung evaluieren, sondern wir haben auch sehr viel im Bereich Verbraucherschutz gebracht. Das ist auch nicht alles gut geworden. Und dementsprechend müssen wir uns das angucken. Wir müssen uns anschauen, was im Bereich Lebensversicherung gelaufen ist. Da haben wir viel gemacht, aber es reicht wahrscheinlich noch nicht. Und auch das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen, wo da noch Nachbesserungsbedarf ist an der Stelle. Uns liegt die Altersvorsorge am Herzen. Altersvorsorge muss besser werden. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben bei Riester unglaublich viel Potenzial nach oben und an die Versicherungswirtschaft gerichtet. Wenn wir da nicht vernünftige, kostengünstige, transparente Produkte kriegen und da hat die Versicherungswirtschaft jetzt drei Jahre Zeit für, dann geht es wahrscheinlich in Richtung Staatsfonds. Das wollen wir nicht. Insofern müssen wir da was liefern an der Stelle. Und meine Damen und Herren, Finanzmarktregulierung heißt auch, und das ist ein dunkles Thema, Geldwäsche. Wir haben auch im Bereich Geldwäsche viel gemacht, aber wir müssen ganz selbstkritisch sagen, das reicht noch nicht. Wir müssen da mehr machen. Ich will nicht, dass weiterhin hier Wohnungen in Berlin durch asiatisches, russisches oder afrikanisches Schwarzgeld erworben werden. Und da haben wir noch viel auf den Weg zu bringen, damit wir das entsprechend hinkriegen. Und meine Damen und Herren, ich habe jetzt über Haushalt gesprochen, ich habe über Steuern gesprochen, ich habe über Finanzmärkte gesprochen und jetzt müssen wir auch über Europa sprechen. Und ich glaube mal, bei all dem, was auch richtig ist, was Sie gesagt haben, Herr Scholz, es ist doch eigentlich traurig, dass Europa in den letzten vier Jahren immer nur auf Finanzfragen reduziert worden ist. Es ist traurig, dass die Hälfte der Rede des Finanzministers über Europa gehen muss, weil Europa war nie als Finanzprojekt gedacht. Europa war nie als Umverteilungsprojekt gedacht. Europa ist ein Friedensprojekt. Europa ist ein Sicherheitsprojekt. Europa ist ein Entwicklungsprojekt. Europa ist ein Wirtschaftsprojekt. Aber Europa war nie ein Finanzprojekt. Und wenn wir es nicht schaffen, die Diskussion in diesen Bereich wieder hineinzukriegen, dann wird Europa auch nicht erfolgreich sein. Und das bedeutet für meine Fraktion Folgendes. Das bedeutet für meine Fraktion Folgendes. Wir sind bereit, in Europa zu investieren. Und ich sage ganz bewusst investieren, um Europa zukunftsfest zu machen. Weil eins ist auch richtig. Wir werden hier in Deutschland nicht gut leben können, wenn unsere Nachbarn nicht gut leben können. Zweiter Punkt. Wir werden in Europa investieren, um Aufgaben zu lösen, die wir alleine nicht lösen können. Dazu gehört zum Beispiel die Grenzsicherung. Dazu gehört Forschung und Bildung. Und dazu gehören ganz, ganz viele Sachen. Aber wir werden kein Geld für Europa ausgeben, um Strukturen zu sichern, die schlecht, nicht zukunftsfähig und nicht nachhaltig sind. Und daran werden wir uns messen lassen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns einen Strich darunter ziehen. Wir werden all die Dinge, die ich eben gerade gesagt habe, gemeinsam machen. Wir werden Kompromisse schließen müssen. Die werden schmerzhaft sein für beide Seiten. Wir werden nicht immer alles richtig machen. Das gehört auch dazu. Aber wir sind uns einig in einer Sache, dass wir, die große Koalition, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das unterscheidet uns von einigen, die lieber nörgelnd auf der Tribüne sitzen und Verantwortung übernehmen, die Zukunft des Landes gestalten, Lust auf Zukunft machen, auch im Finanz- und Haushaltsbereich. Das ist unser Anspruch. Nächster Redner ist der Kollege Christian Dürr, FDP.